hallo und herzlich willkommen zurück zum hubschrauber fail bei armacolt war crisis nein assault verdammt crisis ist ja vielleicht brennt so ich habe jetzt den hubschrauber aufgetankt die tastatur belegung geändert und sie meiner an man kann mit dem hubschrauber aufsteigen und landen keine ahnung warum es vorher nie gegangen ist ich habe es nur die tasten von von z auf y verlegt aber natürlich mit gemerkt hier ist amerikanische tastatur also zeit ist y und im sonnest z und ich fange hier gerade noch mal zum 12 6 mal an weil ich von zehn tanker weggeballert habe und dann ist die mission zu ende obwohl ich den hubschrauber getankt hatte naja also ganz toll ich habe diesmal ein safe angelegt und hoffe dass das auch alles so klappt ich habe es jetzt auf x gelegt und damit geht es tatsächlich so sieht das doch mal richtig gut aus jetzt muss den schwebeflug abbrechen sonst kommt er nämlich so sieht das doch schon viel besser aus oder ich stotze erstmal ab oder ok schön bitte noch mal laden ja also die steuerung ich bin nachdem ich das jetzt festgestellt habe nicht mehr weiter geflogen wie man sieht pilot naja wahrscheinlich habe ich jetzt ein wenig zu sehr ich bin ich bin ich bin mit Repair-Trakett mit Reference CE 50. Heal-Out. Roger, Vertigo. Consider it done. Out. Richtig geistig ist es nicht. Die Mausgeschwindigkeit ein bisschen hochsetzen. So, jetzt. Naja, das wird natürlich mit den Zielen trotzdem nicht ganz einfach werden. Kann ich mir vorstellen. So, wer sich wundert, ich bin halt in den Hubschrauber eingestiegen, losgeflogen. Ja, und Nummer 2 ist auf seltsame Weise zu den anderen Leuten geblieben. Keine Ahnung. Er saß eigentlich noch im LKW. Also in dem Tank der LKW und auf einmal war er weg. So, steigen wir aber nicht auf. Höhe ist neu. Aber man kann eben halt mit der Maus nach vorne und mit dem Weg lassen. Ah, geht das ja wenn ich halt zu schnell fliege, dann sieht man was passiert. Dann geht er halt nach vorne rüber. Also zurück. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. Ich bin ja mal gespannt, warum die Gegner mal auch hier rein. So, jetzt muss ich mir sagen. die c ist nämlich schwindigkeit so das kann ich mich noch nicht mal mehr ich bin ich ja der ist ist manche schwingen Ja, achso, kein Zeitalter. Dmitri, Siel, wir brauchen sofort. Es gibt ein Normand-Colon, die direkt an uns kommen. Geht uns aus hier, Siel, bitte! Roger das! Äh, hallo? Könnte ich mal wieder eine bessere Sicht bekommen? Höhe, minus 240. Äh, hallo? Ah nein, Geschwindigkeit, natürlich. Da hab ich geguckt. Und, äh, nicht nur auf einen Kilometer, oder? Ich... Seine schöne Konvoi angreifen. Ja, ich würde gern mal runter... irgendwie so... Naja... Also richtig, äh, naja... Ich will den Schwebeflug abbrechen. Ich breche mal den Schwebeflug ab und krach mich jetzt bestimmt in den Boden. Ich kann ja, ich seh nichts. Das ist wirklich kacke hier. Ich bin ja natürlich auch nicht im... Pfeueraufgang, wenn ich nicht sterke, dass es hier liegen ist. Alter... Also kann doch keiner so zielen, ja. Ich hoffe, ich habe sie auch erwischt. Der Schrauber geht gerade ein Sturz ab. Scheiße, ich fürchte ohne Pilot, also mit Gammer wird das schwierig werden, habe ich gerade zu denen. Die dumpfe Befürchtung, das ist ja Bullshit, Dreck. Also schön, wie das mit dem Cursor-File oder mit dem Punkt ist, das ist ja Wahnsinn, ist das Nummer 2. Also huiuiui, verdammte Tat. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Schon blöd, dass man auch so in der... Das ist ja auch blöd, dass der in dieser hohen Höhe geht. Ich bin einfach zu langsam, um die da wirklich alle effektiv wegzuballern alleine. Ich versuche jetzt mal Nummer 2 einzuladen. Schade, dass man keinen innen kriegt. Ja, aber das ist ja egal. Schade, dass man das nicht so leichter ist. Ich bin ein Objektiv-Egel. Was tut mir das auch? Ich bin ein Objektiv-Egel, wo ich das mache? Ich bin ein Objektiv-Egel. Ich bin ein Objektiv-Egel. Ich bin ein Objektiv-Egel. Ich bin ein Objektiv-Egel. die trottel haben sich vor ort wie geil leute ist nicht ernst das muss ich tatsächlich laden erneut versuchen was macht er bei erneut versuchen na gut dann besuchen wir es halt erneut so kriege ich das doch nicht auf die kette ich kriege den so nie angegriffen es wird schwierig ich schieße gegen das wird natürlich ich mich doch mal letztens beschwerten diesen halbaffen jetzt fehlt er waren die da irgendwo ich sehe halt nichts da sind sie vielleicht auch nie in drei Jahren scheiße das ist nicht euer ernst leute soll ich die pläten ohne unordentliche nein ein glück dass die sich auch nicht selbst verteidigen können das so krieg ich die nicht ich glaube das wird wohl nichts werden mit uns feuer jetzt habe ich auch keine money mehr das ist ja ganz toll ähm abspringen und da geht der abtubschrauber toll bam tja ja klar ich komme fett unter feuer einsatz gescheitert ist ja großartig oder erneut versuchen das dieses zielen fällt mir doch äh richtig gehen schwer ja 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 vor allem wenn man sich jetzt diese scheiße kann nur noch umschreiben das wäre so einfach ja wenn ich jetzt wenigstens halbwegs auch nicht sehen könnte aber das kann ich eben halt leider nicht ja außer dass da ist dieser blöde ja nicht klasse halbwegs ein das ist das nicht witzig warum nur es ist nicht fertig die springen sich mit der Panzerhaus gegen ein paar Panzer zu verteilen ich halte jetzt hier einfach planlos drauf ich sehe überhaupt nichts mehr aber erscheint hat sich mal in der Richtung zu haben da fahren die noch hier irgendwo ich sehe keinen da hinten sind sie oder ja klar da fahren sie ja ja klar da fahren sie ich habe mal gehofft aus über also die soll er denn den so ist es als halbwegs es ist ein schlager ohne dreck halte und sie auf die anderen ist die nicht aus ich bin gerade ein wenig genutzt es sieht eigentlich jetzt momentan gar nicht mal so verkehrt wo ist Ein Königreich für eine computergestützte Rakete, ja, die wäre cool, aber hauen die nur ab? Sieht fast so aus, oder? Wie sehe ich das? Da fährt er nicht mehr in die Richtung meiner Leute. Jawohl, das war er, oder? Da fährt er immer noch. Alter, was ist denn alles? Da ist der Arsch, irgendwo da hinten muss er sein, oder? Zack, da ist er. Das kannst du nicht. Der fährt hier Quietschwuppen immer noch rum, und ich krieg den einfach nicht. Rechts kriege ich ihn auch nicht aufgeschaltet, oder? Da kriegt man's nur schon, aber... Das waren halt ungelenkte Raketen. Neun Schuss, war super. Wie, er verliert gerade massivste Höhe, ja. Da ist er. Das ist er, das ist er, das ist er, das ist er, das ist er. Ich hab' immer mal überlegt. Na gut, ich hab' keine Muni mehr, also... ...flieg' ich mal zurück, es scheint ja jetzt, ähm, gereicht zu haben. Ich hoffe, ich zu mir was ist. Alter, das ist ja wieder eine Mission, die hat's ihm da ganz schön im Gesicht. Ich dachte eigentlich mal, alle Tasten durchprobiert zu haben. Also unter anderem auf Z und Y. Und da ist noch was passiert. Und jetzt hier am Anfang... So, da unten muss ich wo hin oder was... Hey. 12 Block, Anno Truck 2000. 1R Drama. Warten Sie hier am Anfang? Sind wir hier unten oder was? Hm, das ist ja witzig. Also das blicke ich jetzt gerade nicht, was die hier wollen. Kann sein, dass der Panzer zurückkommt. Natürlich den Schwebeflug anschalten. Und... Versuchen wir mal eine Landung hinzukriegen. Ohne den Hubschrauber zu schrotten. Das ist auch immer so eine Sache. Jetzt muss ich halt aufpassen auf die Rotorblätter, dass er mich irgendwo dagegen zerrust. Da ist durch den Baum. Kommt die hierher? Oder wie ihr es jetzt hier? Ich glaube, der Panzer kommt im Übrigen wieder zurück. Ja, das ist kein Problem. Was soll ich denn hier? Ja, bitte lang. Das soll ja dann jetzt sein. Hä? 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 Da ist ein Schmerz, ja. Da ist ein Schmerz. Oder... Rotorhaus. Aussteigen. gar nicht mal so schlecht geflogen oder so jetzt verstören sie die panzer kolonne jetzt kann ich den nicht nicht machen weil ich auf die sie auf die verstehe ich gerade nicht ganz was will der jetzt von mir ja keine ahnung also auf wen soll ich jetzt bitte warten ich soll die panzer zerstören warten sie auf andere ich fürchte das wird wohl wieder nix während uns hier in ordnung er kommt jetzt wo sind sie sehr witzig pilot wo dran ich weiß ja nicht ob ich die jetzt schon keine ahnung wo ich bin da ist der BKW ich muss das erstmal aufsteigen schwebe aus da ist also unser Spannender so und wo ist jetzt Treibstoff dann schlossen sie zum Beispiel oh, lass doch, der ist da ah ich bin in der Luft und röt zur Stirn da ist das, ok da kann ich noch rechts übersegeln da ist ja immer Nummer 2 so ich hoffe, dass das funktionieren lässt ich keine ich kann ihn nur nicht aufnehmen das verstehe ich jetzt gerade überhaupt nicht ich stehe nicht aufnehmen ich stehe nur da, ok ich stehe nur da, ok ja, komm nicht hin ja, komm nicht hin jajajajaj tja, nun kann ich die nicht einsammeln weil ich die Panzerkolonne nicht zerstört habe oh Leute das ist echt eklubes Reiß nicht hallo hallo, ich bin's will nicht jemand einsteigen? ihr Taxi ist da ah 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 das ist ein Blödsinn, oder? tja naja ich fürchte, das ist schon wieder gewesen weil mir dieser eine Panzer entkommen ist pfff erneut versuchen auf auf hat wir haben hier im 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 der das im 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 Waw und jetzt soll ich schon mal auf andere wandel das heißt dann warte auch an ich glaube die vulkan sind irgendwie die einzigsten man sollte ich hier treffe neben dem witzlosen ich möchte ich muss sie tatsächlich alle zerdäppern was natürlich ich muss halt jetzt ein bisschen haushalt man sieht ja der m1 er ist nicht kaputt sind die hier ist ich habe mich auch nicht ich muss mich aushalten ich brauche einen besseren winkel habe ich gerade so gemerkt ist das endlich mal der schweiz ich kämpfe hier mit der steuerung mehr tatsächlich habe ich einen Das ist ein Wahnsinn. Fahr das endlich mal. Das sieht so aus. Ich muss den Truck etwa runter zerballern. Ach, da leuchtet es jetzt gut. Ah, jetzt, wo ich es einen weggeballert habe. Jetzt ist das... Das ist ja ganz großartig. Natürlich automatischer Schwebe gut einschalten. Und dann langsam mal runter gehen. Das ist ja echt. Also die Vision hat es doch sehr in sich. Wobei ich glaube, die Steuerung war, wenn man ein paar Mal das gemacht hat, ging es eigentlich nicht. Gerade mit diesem Schwebeflug im Scheiß. Und jetzt, ich hoffe es zumindest nicht, dass wir noch 50 mal rückfliegen müssen, wo ich jetzt vom Rotor wechseln müssen muss. Aber Leute, das Rote war doch eindeutig hier, oder? Hallo, jetzt. Was muss ich tatsächlich hier landen? Ich habe ihn. Wo sind jetzt? Ach, Ziel erfüllt. Das ist eine weitere Panzerkolonne in Richtung Leuchtturm und greift sie und zerstört sie. Nein, drei Raketen. Nein, drei Raketen. Da hinten muss ich jetzt. Also ich bin auch am automatischen Schwerbeflug, deswegen fliegt er nicht so nach vorne. Da hat man ja gesehen, die Leute wurden gebiegen jetzt. Die waren keine, die waren sollen denn. Dass ich da bin, ist das ja wohl. Aber ja, die sind ja gar nicht. Leider nicht gespeichert, oder? Kein không? Also? bis jetzt hat ja unser boxsystem noch nichts aufgeschaltet das wird jetzt richtig nicht ich steuere Angst. Nein, kein Hubschrauber, dann kriege ich da wieder runter. Den werden wir noch nicht aufgescheiden. Ich kann ja noch nicht aufgescheiden. Ah, Mann, der ist voll was raus. Das Rädchen gerade nicht. Das ist ein der Arsch. Der wird uns jetzt ganz schnell runterfegen. Das kann ich noch nicht vorstellen. Na, kriege ich mal eine Aufschaltung? Ja, schweige ich aber vielleicht auch alles. Neu angreifen soll ich ja eigentlich nicht auf ein Deckwort. Okay. Ja, ein bisschen spät. Und das war... Scheiße, ich bin jetzt unverschwendet. Hallo, die Geschwindigkeit ist zur Bündchen, welche ist? Boah, mein Gott. So, ich suche ja immer noch den Calloy und es ist ja wirklich schade, dass ich nicht diese bewegliche Porte im Gehen nutze, aber das ist ja schon ein bisschen weiter. Wo ist jetzt der Drecks Calloy? Ich sehe aber keinen Calloy. Warten Sie auf andere. Ich muss mal kurz in die Missionen, zerstören Sie die Panzerkolle, zerstören Sie die Panzerkolle bevor Sie die Leichtumme erreichen. Und ich glaube, es ist da eigentlich zu stören, da bin ich aber dran, oder sind die schon weitergefahren? Das ist ja witzig. Das ist eigentlich schon noch zwei. So, hier kreiseln wir uns hier vorne rum, ich fliege jetzt mal richtig rum. Vielleicht sehen Sie auch schon hier vorne rum, weiß ich es. Was ist das jetzt für eine, die wir genau schauen, was ist das? 12 o'clock, M-1-1-3, 1,000. Wir sind hier vorne, natürlich. Wir sind hier vorne. Die schreien hier hinten schon fort. Ah, jetzt sind sie uns da los. Sehr schön, sehr schön. Werden die gerade erst besetzt, die Panzer, oder wie ist das hier zu verstehen? Oh, das war's. Oh, das war's. So, ich bin tot. So, und klar, ich bin tot. So ein Affe. Aber wir haben ihn wenigstens noch mitgenommen. Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Erneut versuchen. So, ich mache noch kurz eine Pause. Ach Quatsch, bringt ja alles nichts. Genau. Dann werde ich in der nächsten Mission mal ein bisschen entschieden. Nur ehrlich gesagt, das geht mir wirklich nicht so. So, automatisches Feuer ist an. Wie soll ich denn bitte schön diese Leute da alle machen? Und dann nachher noch welche einholen. Während meine Munition hier alle ist. Ich müsste eigentlich mal zurückziehen. Ja, den haben wir schon mal erwischt. Das ist mir gerade eingefallen, dass man mit Tapio die Ziele durchhalten kann. Das ist eine Scheiße. In meinen Zeiten aber so viel auch ist, das ist echt Wahnsinn. Das sind ja endlich mal kaputt, diese Drecksbude. Ja, sozusagen. Ich habe gesagt, man wird immer besser mit der Zeit. Der nächste. Die scheint doch ein bisschen zu suchen, habe ich zum Eindruck. Wenn man diese... Das andere vier Ecken noch... Das ist das Hochstehende. Das scheint es ja wirklich schon mal jetzt zum Beispiel. Das ist ja wirklich schon mal jetzt. Okay, weil die nicht euer Angst, du musst ja Munition sparen für die andere Missionen. Ja, gut, wie gesagt, so ist das alles. Er ist nicht alles. Was? Das Rio ein frühen vier und man inzwischen der Panzerfahrer ausgestiegen hat? Nein, für mich. Schade für mich. Ah ja, ich glaube, wir haben ihn gerade erwischt. Nein, glaube ich, jetzt noch ein bisschen. Was heilt denn diese Tricks? Ich habe mal aus. Und jetzt endlich mal. Ja, was scheint da gewesen zu sein? Sehr gut. Die Zielung scheint. Jawohl. 117 Schuss hat man. Mal gucken. Ich glaube, ich habe gerade 70. Die Kuchen-Bude-Shootern nicht rum. Da ist er. Ich würde jetzt trotzdem ganz gerne mal gucken. Ob wir nicht an dem Stützpunkt, wie wir waren, genau bei dem Laborator, die Frage ist nur, oder wo bin ich denn jetzt? Ich muss also jetzt, ich fliege in die falsche Richtung, weil ich rückwärts fliege. Also ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich finde es gut, wenn wir ein bisschen tanken könnten. Ich fliege jetzt einfach mal da hin, weil ich doch wieder ein Waffen-Upgrade kann. Das werde ich jetzt machen. Ich fliege jetzt einfach mal da hin. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob ich überhaupt so da hinbekommen kann. Ja, das muss ich aber auch schon irgendwie schmeißen. Oh, da wir steuern, dass wir das gehen. Da war mir das, dass wir gehen. So, ich schwebe es nicht lang. So, ich schwebe es nicht, hier war die Handstelle. Da steht der Truck, okay, sehr gut. Versuchen wir dann mal unser Bestes. Wir gehen tatsächlich hier. So, ich schwebe es nicht mehr so nach vorne. So, wahrscheinlich muss ich mich noch mal an der Truck oder so etwas. Dann kriege ich noch ein bisschen nach vorne. Motor aus. Kann ich hier irgendwas machen? Nein, muss steigen. Ich kann also nicht tanken, was hier passiert. Reparieren, auffüllen kann der auch nichts. Da sitzt er bestimmt auf der Ruckel, der hier gerade so rum. Steigt auf den Rücksitz ein. Ist der tot oder was ist es? Ja, der Hubschrauber steht da hinten, du Fallpfosten. Aber ich kriege den ja nicht. Quatsch, ich wollte eigentlich einsteigen als Pilot. Kann ich hier irgendwas aktivieren? Nein, wo dran? Nack. Selten zu viel Spaß gab, gebe ich zu. So, wie vorhin schon versprochen, wollte ich schon mal zeigen. Ich drücke mal kurz die Tab-Taste. Sage Missions, Steel Airshopter. Da sind wir nämlich gerade. Und ich nehme jetzt diese Save-Copy hier rüber. Sage eine Kopie. Kopie 2. Jawohl. Mache jetzt mal das. Und dann haut das jetzt auf. Hm, weil ich eine Kopie gemacht habe. Ich muss jetzt Save löschen. Hätte ich so unbedingt können. Ich würde es wissen. Und speichern. Ich habe ehrlich gesagt, speichern. Ich habe ehrlich gesagt keine Böcke, das x-mal zu machen. So, dann evakuieren wir mal die Leute, die hier hinten in 2000 Kilometern sind. Vorausgesetzt durch Streiken liefern wir einfach ein. Das fand ich auch nicht. Das ist ja witzig. Das ist wahrscheinlich schon der Zerballer, der eigentlich. Wir haben ja alle weiß angezeigt. Das war ja so eine Schwerbeflug an. Hm, hat's gut. So, wenn die da schon das ist, ja. Hoppen Sie auf Anwohner. Was ist, du bist? Was ist, du bist ja schon? So. ist alles nicht wirklich schöner ich finde es schade dass wir einen idioten keinen jahre jetzt muss man einsteigen sehr schön dass man von den idioten keinen auf dem kanalplatz schicken können also und das ist zwar jetzt alles scheiße aber ich habe ehrlich gesagt keine laune mehr diese hasslevel 50 und 1000 dröufsicht mal zu machen aus dem gucken wir kurz sieht eigentlich gut aus und jetzt jetzt So, ich werde hier mal gucken, ob ich schon abgeholt habe. Das ist aber nicht aktiviert, deswegen funktioniert das auch im Prinzip ausscheinend nicht. Hier ist was heute ist. Ich kriege den Fall hier aber nicht aufgescheinend mit euch im Ausstest. So, das ist jetzt der Hubschrauber, wo man jetzt, ja man eigentlich, ich kriege den nicht aufgescheinend, aber dafür will ich die jetzt. Das ist der Vulkan, das ist ja schon. Auf die Entfernung werden wir die natürlich nicht. Alles gut. Ich habe jetzt Angst, der Vulkan war. Ich habe, oder? Ich kann es schön hin. Ich kriege den nicht alle, die haben. Ich kann es nicht anziehen, das sehe ich schon. Es sieht los aus. Ja. Und man hat es gescheitert. Haha, wie geil. Ein Glück. Hallo. Hallo. Verstehe ich gerade. Das war nicht hier. Ich bin Harknähen-Typen, die persönlich werden. Weil die sind ja schon fast da in der Nähe von dem. Alter. Gib doch mal was. Gewisschen Gas. Also das Twitch schlägt halt was zusammen. Das ist Wahnsinn, ja? Er bricht gerade fett zusammen. Er kommt nicht in die Spur. Warum denn nicht automatisch in Schwedenkaufel? Ich habe nicht angebrochen, oder? Weg. Weg. Nein, da geht es. Also den blöden Hubschrauber müssen wir eigentlich getrosten. Aber ich kriege ja schon den Vulkan nicht runtergeschlossen. geschweige denn die anderen dahin. Ich habe ihn schon gesehen. Also die haben wirklich jüngst an den Adlau gesehen. Und dann kann ich ja auch mal. Aber ich kann nicht in die Krone. Aber ich kann es nicht. Und wenn es nicht so sehen, wird es mir ein Problem. Das ist mir eigentlich wesentlich gut. den werden wir jetzt mal einverrechnen ich erscheine einen erwischt zu haben wo ich doch eben schon so viel spaß weiter dieser scheiß dieses einsatz gescheitert ganz toll ganz toll ich feiere gerade jetzt sind wir den Lebensschmerz wieder das ist ja ich stehe mal so wieder schießen Ich muss wirklich zuerst den scheiß Blutwagen fahren. Und das ist ein Blutwagen. Und das ist die Blutwagen. Und das ist die Blutwagen. Let's go. Ich muss den Konvoi an den Wälder, ich stehe hier vor. Das ist ja ein Wadderwälder. Ich hoffe, das war mal ein bisschen besser jetzt. Ich glaube, den Vulkan haben wir tatsächlich erwischt. Input ist es tatsächlich besser. Ich weiß ja nicht, dass er auf den richtigen kommen soll. Der Wälder wurde wieder hin und in den Wälder angezogen. Ich muss das jetzt in der Zeitung reichen. Ich muss das jetzt in der Zeitung reichen. Ich muss das jetzt in der Zeitung reichen. Ja, aber man sollte eben halt nicht die Version von hinten spielen. Von der amerikanischen Sache, da geht man, glaube ich, die Steuerung ein bisschen schwer. Achso, Einsatz abgeschlossen. Und das ab der Hälfte ungefähr, grausam, grausam, einsatz erfolgreich. Tja, außer Nummer zwei, den haben wir vergessen, oder? Der ist schon rüber geschwommen, ich weiß nicht. Hier, 45 Minuten, reine Spielzeit. Was haben wir denn? Drei M1, ein Vulkan, ist ja ein Witz, oder? Es waren da zwei. Zwei M60, ein Offizier, ein Kanadier, 16 Besatzung, vier Soldaten. G36 waren auch mehr, drei Piloten. Naja, egal. Gut, aber an der Stelle muss ich mal dringend auf den Topf und, ja, wie gesagt, so ein Päuschen machen. Das war mir geradezu anstrengend. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank beim Zuschauen oder auch nicht. Ciao, ciao.